hey Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf dem Kanal und heute spielen wir Lucky Blocks und ich würde sagen wir starten direkt. So da sind wir in einer Runde und ja wir haben hier eine Inter-Map passend und ich würde sagen wir schnappen uns hier mal ein paar Lucky Blecke. Ja haben wir schon mal ein gutes Schwert bekommen, nehme ich dankend an. Ja gut ein paar Werkzeuge kann man brauchen aber... Ja stimmt ich kann es gebrauchen für aber auch Schneebälle ja. Da kann man vielleicht ein paar runterschießen aber... Das prägt hier nicht viel... Ja. Und geil Items. Und weg. Erstmal anziehen alles. Perfekt. Achso das ist die Hot Potato. Ah schon die... Ja die Jagd. Das ist in die Luft. Okay was macht der für ein Lava-Seel? So warte mal. Ähm. Bitte Blöcke. Ja gut. Na komm. Ja dein Gifttrank bringt dir nicht viel. Gut. Ein paar Tränke. Sehr gut. Wann ist denn das Gift denn nicht vorbei hier? So. Nehmen wir das mal hier. Ähm. Fireball könnten wir nehmen. Ähm. Zum Healen. Falls es mal grenzlig wird. Und Goldaufeln. Ähm. Die Leisten nehmen. Ja ist dieser Frostbogen. Aber... Aber... Ich will den Bogen haben. Und... dieses Drachen an. Hier haben wir keinen Platz mehr. Ähm. Ich hätte eher gerne was vom Werfen oder so. Dann mach ich das so. Dann greifen wir so an. Achso ne das ist eine Hot Potato die hier liegt. Ähm. Da ist ein Spieler. Zack. Einmal auf. Oh Gott. Ja komm. Der hat mich nicht gekillt. Okay. Keine Ahnung was der Bogen macht. Aber ich will unbedingt diesen... Lace da wegbekommen. Okay ist er weg? Ne. Scheiße. Hey was machen wir? Hier. Ah. Nicht getroffen. Sorry Hundi. Oh Gott. Ich hab fast hinaus geschossen. Die Insel bringt dir jetzt auch nichts mehr. So. Tränke mitnehmen. Ich hab Heiltränke. Super. Äh. Blöcke. Das kann man wegwerfen. Äh. Das auch alles. Warte. Äh. Das würde ich gerne. So. Ich weiß das werden wir eh nicht alles brauchen. Aber... Man kann es ja mal mitnehmen. Gut. Giftes nehmen. Nervig. Das können wir ihn machen. Ähm. Speed. Na gut. Essen brauchen wir. Na dann mach ich das so. Ähm. Da gehen wir einmal schnell zu den einen Spieler der da hinten war. Warte. Kompass. Okay der ist da hinten. Nein. Nein. So. Da ist irgendwo einer. Dann schnappen wir uns mal hier ein paar Sachen. Also ob man einen Schaden bekommt. Jawoll. Und das war sogar nochmal richtig geil. Da ist sie einfach reingeworfen. Die Flasche. Okay. Würde ich mal sagen. Die nächste Runde startet jetzt. So. Zweite Runde. Und wir sind hier auf einer Rainbow Map. Also ein bisschen Rainbow. Ist hier drin. Und. Ja. Es sieht mehr nach Lucky Block aus. Ein bisschen schon. Ein paar Schafe einfach hin spawnen. Aber auch nicht. Ja. Okay. Ein paar Tränke. Sehr gut. Und ein Laveeimer. Damit kann man gut trollen. Aber. Ich würde sagen wir gehen erstmal in die Mitte. wenn hier keiner uns abbadern will. Irgendwas. Ein Nachbar hat keins. Gut. Gute Rüstung. Perfekt. Oh ne. Das ist ja. Diese Mine. Dingens. Die sich nach unten gräbt. Ja. ich mache mal alles mit etwas gutes ja ein schwer aah gift oh nein ich den werfen wie ok so geht mit dir es muss essen so kommt da einer von hinten die bekämpfen sich gerade dann werde ich mal hier rüber gehen zu meinen Nachbarn dann ist es drin so So, dann auch mal hier längs und Edgar Ja, komm Ja, da rennt er immer weg, oder was? Ja, er will unbedingt seinen Cooldown Er braucht den Cooldown Nee, nee, nee Fliegs mal weg hier Ah Mist, nicht getroffen Schnaps gesoffen Und wir haben gewonnen Okay, da würde ich mal sagen GG Und ich würde sagen Bis zur nächsten Runde Haut rein Äh, bis zur nächsten Folge Äh, gesagt Haut rein Tschüss